Schaut mal, was ich kann. Ich bin jetzt eine... Spinne! Würdest du mich angreifen? Natürlich nicht! Weil ich bin jetzt eine Spinne! Hast du deine Tabletten schon genommen? Nein! Aber was willst du dagegen machen? Ich bin jetzt eine Spinne! Azadar ne deria me utar kar uski gehraai ur logo ki perechania batain. Auf der Spitze! Dicker, ich hau einst recht! Wie viele TVZotale-WOCK WM ist bisher? Nein! Den Sie von der Seite! Nein! 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 Okay! I got guns in my head and they won't go Spirits in my head and they won't go I got guns in my head and they won't go Spirits in my head and they won't go I got guns in my head and they won't go Denny hatten klein schneedle Hello madam, I want to give you some free cash Free cash, fiver for you, no cash Wow, that was a reaction Phew Don't flirt with him I'm not going to Fucking hell Das Teil ist zu groß für das Loch Es geht, ich rede jetzt hier von 10 cm Wir können den aber nicht schlanker machen, weil der eingeschäumt ist Das Loch größer machen geht auch nicht Jetzt muss ich gucken, laufen, gucken, wo die Löcher, wo wir durch könnten Ob die breit genug sind, dass wir das Teil in einem Stück reinbekommen Run Run I think it should be, I think it would be frankly more interesting, I know how good everyone's ratings are right now, but I think it would actually be, I think it would actually be better How are the Republicans going to finally get together? How are the Republicans going to finally get together? To be continued... You To be continued... To be continued...